Ich begrüße euch ganz herzlich aus dem Intercity 119, Eurocity 119, ist hier auch egal. Wir fahren heute im Dienste der ÖBB mit der Baureihe 142 bzw. dem Taurus der ersten Generation. Rechts fährt hier noch der Talend geradeaus, da vorne steht noch ein Dosto, da fährt schon der nächste Zug ein, hier noch eine S-Bahn. Wir steigen mal ein und öffnen die Türen, dazu mal in Neutralstellung, Türwallschalter auf rechts. Ihr kennt das ja, hoch, hat es gerade ordentlich geleckt, ihr kennt das ja, 182 und Intercity-Wagen heißt also Türwallschalter ist in Anführungszeichen umgekehrt. So, PZB müssen wir noch anmachen. Haben wir hier noch was? Ne. Okay, Federsprecherbremse ist gelöst, wir stellen hier noch die richtige Lichtkonfiguration an, damit wir vorne drei weiße Lichter haben und hinten zwei rote. Türsteuerung müsste eigentlich an dieser Stelle auf db, aber naja. Wo ist die, da PZB Betrieb? PZB ist an, LZB müssen wir dann gar nicht anmachen, dann können wir den Schrank zulassen, die Tür zulassen, aber doch nicht, weil wir ja noch die Sifa hier anschalten müssen. Und zurück. So, wir setzen uns hin, Fahrtrichtungswender geht in Vorwärtsstellung, der richtige Stromabnehmer ist oben, hervorragend. Gucken, ob die PZB klappt, hervorragend. So, Spitzensignale sind an, Zuglichter sind an, Lese-Licht, ne, brauchen wir nicht. Dann, Fahrtrichtungswender ist dann Vorwärtsstellung, dann, jetzt habe ich aus Versehen per Tastatur die Türen geschlossen, das wollte ich nicht. Geht hier auf rechte Türen. Achso, die Türen sind jetzt, glaube ich, zu, ne? Die Türen scheinen auf beiden Seiten zu zu sein, okay, hervorragend. Dann fahren wir los. Hier der Kilo Newton, das Kilo Newton Sperrsignal ist erloschen, das heißt, wir können Leistung aufschalten. Oder auch nicht. Okay, warum können wir keine Leistung aufschalten, was habe ich denn vergessen? Lokbremse ist gelöst, Fahrtrichtungswender ist dann Vorwärtsstellung, probieren wir es nochmal. Ah, Ausfahrt mit 40, da noch ein IC, ah ja, ist hier viel los. Moment, das gucken wir uns nochmal von außen an. Mal gucken, ob das Signal da für uns ist. Ja. Das sind wir. Da noch eine S-Bahn. Ja. Achso, das hätten wir gar nicht beschädigen müssen. Da noch ein ICE, sehr, sehr schön. Also, das Szenario ist vom guten Tom Fresco. Download-Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Repaint ist ebenfalls als Download in der Videobeschreibung. Das ist das Repaint für die MRCE 182 aus dem Hamburg-Lübeck-Add-On. Ab hier dürfen wir dann 90 fahren, sobald unser kompletter Zug durch ist. Also einmal kurz die Zuglängenmesser aktiviert. Ich hoffe, das hat geklappt, weil ich das jetzt mit der Tastatur gemacht habe. Ich gucke auch, dass ich die ÜBB-Wagen des Repaint verlinke. Okay, wir dürfen 90 fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, von wem das ist. Aber auf jeden Fall Ehre, wem Ehre gebührt. Auch die Wagen sehen sehr schön aus. Hier noch eine 185. Wartet hier, bis wir voranschreiten. Und hier hinten die erste Klasse Wagen. Gucken wir uns gleich auch noch ein bisschen näher an. Wir wollen jetzt aber nicht hier zu viel von uns her dümpeln. Ab hier dann 150. Also einmal den Zuglängenmesser aktiviert. Dazu zweimal auf den Leistungsregler drauf gedrückt. Und ab jetzt dürfen 150 gefahren werden. Dann nehmen wir den AFB-Schalter einmal komplett hoch. Leistung einmal kurz zurück. AFB machen wir dann jetzt an. Na komm schon. Wo ist denn hier der Schalter? Ach, ich komme da jetzt gerade nicht ran. Signal ist weiterhin grün. Sehr gut. Dann... Da ist er. Einmal auf die 150. Und hoch mit der Leistung. Das schalten wir noch auf dunkel. Ja, jetzt strahlt die Sonne hier rein. Komme ich, das ist dunkel geschaltet. Ich strahle die Sonne rein. Ne, das lasse ich gerne. Das lasse ich nur aus. Und das Licht lasse ich hier aber gerne auch rechts an. Genau. Wir sind heute unterwegs im Dienste der österreichischen Bundesbahnen. Im Taurus der ersten Generation. Taurus 1. ES-64 U-2, meine ich. Genau. Zwei Stromabnehmer. Daher ES-64 U-2. ES-Eurosprinter. Na, in der Lok der Eurosprinter-Serie. 64 U-2 steht, glaub ich, ist irgendeine technische Angabe für, weiß ich nicht, Dauer, Zugleistung oder sowas. Und die zwei hinten steht dafür, dass es zwei Stromabnehmer sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Also irgendwie schalten wir keine Leistung auf. Gescheit. Nicht so, wie es mir gefällt. Okay, wir haben eher halt zu erwarten. In 1,5 Kilometern. Daher mal die Leistung weggenommen. Da fährt der Kollege an uns vorbei. Und wir nutzen mal die E-Bremse. Und gehen wir mit der Leistung runter. Beziehungsweise mit der Geschwindigkeit. Gucken wir das möglichst verschleißfrei machen. Bestätigen hier natürlich das Ganze mit PZB wachsam. Zugbeeinflussung. So, wir hauen die E-Bremse noch weiter rein. Aber wir brauchen die Zugbremse, glaub ich, auch. Und da vorne ist schon das rote Signal. 500er müsst ihr jetzt gleich auch angehen. Da ist er. 500 Hertz Magnet. Dann rollen wir mal vor bis zum Signal. Dann machen wir das wieder aus. Aha, schaut an. Wir dürfen fahren. Aber Vmax 25, weil der 500 Hertz Magnet noch an ist. Beziehungsweise der Leuchtenalter ist noch an. Beziehungsweise wir stehen unter der Beeinflussung des 500 Hertz Magneten. So müsste man es, glaub ich, technisch akkurat formulieren. Also irgendwie quillt sich unsere Lok. Ja gut, bei der Steigung verständlich. So, 500er muss jetzt ausgehen. Genau. Heißt also Vmax 85. Ich befreie mich jetzt mal nicht, weil in drei Kilometern haben wir schon wieder ein rotes Signal. Einmal. so steigung ist überwunden vom 80er leuchten mal der hat aufgabe zu blinken heißt also wir sind jetzt wieder befreit da kommt der geschwindigkeitseinschränkung auf 120 stellen wir die auf 120 auch wenn ich nicht glaube dass es so sinnvoll ist da komplett hoch zu besteuern weil wir ein rotes signal vor uns haben dann nehmen wir mal die e bremse da vorne ist doch schon halt zu erwarten wir fahren hinter einem verspäteten er von daher hat glück gehabt da haben wir glück gehabt signal ist umgesprungen ich würde sagen wir fahren jetzt auch maximal 80 jetzt erst mal weiter dass wir gesehen haben dass wir irgendwann dem re dran vorbeigefahren sind das nächste signal ist dann ja offensichtlich grün 120 dürfte theoretisch hier fahren und guck mal ganz kurz auf die karte also hier sind wir das signal ist grün das vorsignal ist grün hierdurch in der portal fangen wir gerade durch das signal ist grün interessant das hatte mir jetzt gerade auf der karte war ich das rot angezeigt oder hier das hier das war das das ist jetzt rot ist das klar war da kommt der kollege blenden wir einmal auf und ab das war das licht wieder auf der unteren stellung signal lichter normal und finden haben wir zwei rote leuchten schalten wir ein bisschen leistung wieder auf weil es nicht zu langsam werden wir müssen ja nämlich auch noch den signal block hinter uns ja auch noch mal irgendwann freigeben das auch noch andere züge weiterfahren können von daher können wir jetzt nicht ewigkeiten hier rumschleichen können wir natürlich machen sollten wir vielleicht nicht so sinnvoll ist das nämlich nicht es geht halt einerseits darum dass man jetzt nicht zu viel leistung immer aufschaltet immer die höchstgeschwindigkeit ausfährt nur dann wieder direkt runter zu bremsen auf null weil man ja praktisch den zug vor einem einfach nur auffährt und dann jedes mal praktisch einen roten block beziehungsweise auf ein rotes signal eben trifft weil der block vor einem ja immer dann belegt ist mit dem zug der vor dem herr so herrte karten für das näher ist dann wird er auch immer mal wieder zwischendurch halten heißt es werden dann immer wieder unseren abstand zu diesem ferner und wollen aber auch natürlich nicht so langsam fahren dass wir jetzt ewigkeiten diesen einzelnen signal block belegen so dass halt eben der zug hinter uns auch nicht mehr vorankommt und so entstehen dann glaube ich unter anderem diese berühmten zitat verzögerungen im betriebsablauf ich glaube jeder der so ein bisschen was mit der bahn zu tun hat kennt diesen begriff verbindet ihn auch bestimmt mit einer ganz bestimmten weiblichen stimme der ganz liebevoll genannten blechelse auch interessant wie hier wenn man herankommt die gräser immer so hervor sprießen dass das ist etwas was mir auf dieser strecke häufiger auffällt das ist halt nicht besonders gut gemacht mit der draw distance das halt so nah vor einem die die pflanzen hoch wachsen als hätte man sie mit einem gewissen super dünger so einer art mit seiner dünger oder sowas streut so wie gerade eben das vorsignal war noch auf halt zu erwarten aber weil wir tatsächlich mit einer sinnvollen geschwindigkeit gerade rumfahren ist das signal doch dann umgesprungen so dass der zug vor uns den block den block verlassen hat und da ist ein güterzug in güterzug und vorne ran 185 mit ihrem autotransportwagen links noch eine s-bahn der güterzug darf jetzt auch fahren signal ist grün als ich finde rhein-ruhe-osten ist trotz der durchaus ziemlich augenscheinlichen und dorfenkundigen mängel die dieser strecke aufweist doch an sich eine recht schöne strecke also klar mag sie vielleicht irgendwie doch recht kurz sein dass stützer vielleicht aber es ist halt auch eben dann noch perfekt wenn man eben auch nicht ewig kann viel zeit hat weil ich bin da gar nicht so der meinung dass es so sinnvoll ist strecken zu haben die auf dem man weiß ich nicht dann zwei stunden am stück fahren müsste einfach weil da halt einfach nicht jeder die zeit für hat also ich bin mir nicht ganz sicher ob jetzt ob das hier der verspätete zug war hinter dem weh gefahren sind die s-bahn und die jetzt praktisch überholen dürfen ich glaube schon wird sagen wir gehen mal mit unserer höchstgeschwindigkeit auf 130 ein IC da blenden wir mal kurz auf also herrlich mal wieder bestens bester kaiverkauf bester kaiverkehr verbaut in diesem szenario kennen wir ja war auch so nicht anders zu erwarten wie immer sehr hochwertig wie immer sehr abwechslungsreich wie immer einfach sehr cool hier vorne steht auch sogar noch ein güterzug rum oder zumindest ein paar container gut ich weiß nicht ob die nicht vielleicht immer da einfach stehen ehrlicherweise aber ist ja auch egal denn wir haben jetzt gerade halt zu erwarten hier in unserem intercity euro city euro city ich habe mich zu beginn intercity gesagt das müsste theoretisch falsch sein das ist ja dann ein euro city wenn er nach innsbruck fährt dann durchschreitet er offensichtlich eine grenze das heißt also es wird dann wohl eher der euro city sein der jetzt hoffentlich keine zwangsbremsung kommt ja ob ihr glück habt da haben wir noch die bremskurve eingehalten da war ich jetzt gerade nicht besonders wachsam das signal kam etwas früher als ich persönlich jetzt erwartet hätte schauen wir dass die bremsen auslösen das war nämlich jetzt definitiv in schnell bremsstellung zug beeinflusse zug beeinflusse zug beeinflusse okay keine verstand er nicht gerade noch als erwarten oder ist das umgesprungen jetzt zumindest gedacht so ab hier dann 130 da vorne noch ein teil in zwei von national express auch das ist ein repaint ein sehr schönes und noch mal national express talent 2 nebenbei möglichst viel e bremse und bestätigen und haben halt zu erwarten hier bei den schwebebahnen da war kurz die lok weg aber jetzt ist hier dahin gespawnt passiert immer wieder bei repaint ist mir so aufgefallen bin ich ganz sicher woran das liegt aber sie glaube ich in der regel also dass das züge so richtig komplett verschwinden und gar nicht mehr auftauchen teilweise ist das ist nur bei repaint ist der fall oder nicht beim eigenen zug die man fährt sondern eben bei denen die man die einem so entgegen kommen die schwebe waren so auslösen schon nicht anhalten v max 25 so die leistung zurücknehmen und bestätigen so das ganze ist bestätigt und wer wieder ein rotes signal vor uns also wer auf pzb action bock hat der möge sich doch dieses szenario unterladen da wird man nämlich bedient genauso sehr wie man selbst an die pzb bedient wieder ein schlechter wortwitz entschuldigung noch mehr teil in zwei national express 612 war es uns gerade entgegen gekommen also dresden chemnitz ist dann auch eine voraussetzung für dieses szenario dass man dresden chemnitz installiert haben muss der talent 2 ist denke ich mal der von köln aachen den besitzt ja jeder der tsw 2 besitzt der icc das war glaube ich unter anderem der münchen augsburg ich glaube schon also münchen augsburg ist auch von relevanz hauptstrecke rhein-ruhr baureihe 101 dlc das ist zwingend voraussetzend weil man sonst nicht diese wagen hätte hamburg lübeck für die lok so wir dürfen ein bisschen leistung aufschalten und auf die 85 hoch die lok man jetzt auch mal ein bisschen genauer an gucken uns einfach im bahnhof noch mal kurz genauer an das ist ja gar kein ding freie fahrt aber ich schalte jetzt mal nicht so viel leistung auf weil das nächste signal ist auch soll grün und da kommt uns die nächste 185 angehen von mc wird auch gegrüßt trotz des unterschiedlichen eisenbahnverkehrsunternehmens hunderte ankündigungen hat hier ihre autotransportwagen ein rassistischer polenwitz würde würde mir jetzt ein fein oder ein diskriminierender polenwitz aber den mache ich nicht weil das diskriminierter 612 war hier links und viel bestätigen so ja wir sind hier schon in wuppertal offensichtlich leider so wie es hier aussieht naja ein spaß wuppertal ist wunderschön oder so ähnlich wie ein immer noch besser als hagen to be honest also ich ordentlich 600 hat doch keine 612 422 und das signal ist umgesprungen und wir werden überholt aber wir weiterhin hat zu erwarten kommt zu fassen dass uns hier so ein regio einfach überholt das ist ja nicht in ordnung von noch die spiebe waren gut dass ich das auch bestätigt habe was dann 60 dürfen jetzt gleich fahren max und jammer behalte erwarten müssen aber dann auch in 700 metern anhalten weil das nämlich auch das bahnsteigende von vuppertal hauptbahnhof ist wo unsere fahrt heute enden wird da werden jetzt gemächlich mit unseren 50 km h 40 50 km h einfahren und dann der kollegin übergeben die dann diesen zug hier sicher weiter fährt und hoffentlich dann nicht mehr ganz so viele anhalte brems und anfahren manöver durchzuführen hat wie wir heute aber genau das macht ja extrem viel spaß hier ist auch mal wieder was los grüßt noch einmal den kollegen die kollegin sagt weg vom bahnsteig schande wir halten bündig am signal an relativ lang zog und der bahnsteig von vuppertal ist jetzt auch nicht ewig lang lösen noch einmal aus macht er da in seinem samt hemd und wir bringen den zug zum stoppen langsam und gemächlich türen öffnen 612 fährt aus wir gucken uns mal das ganze jetzt hier noch von außen an steigt mal dafür hier aus also repaint da muss man dazu sagen das ist halt auch sehr detailliert sehr detail reiche sind heute alle wichtigen beschriftungen an der seite am wagenkasten dran hier von siemens cross mafai 230 km h zulassungen in österreich und in deutschland und das szenario hat sich von alleine beendet gut wie dem auch sei ich danke euch fürs zu sehen ich hoffe dass ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid macht das gut tschüss ciao wiedersehen und danke ende